Bei VBA handelt es sich um eine objektorientierte Sprache. Was das bedeutet, möchte ich Ihnen zunächst theoretisch und später auch praktisch verdeutlichen. Öffnen wir zunächst einmal hier eine neue leere Arbeitsmappe, wechseln zum Visual Basic Editor, fügen hier ein neues Modul ein, und hier sehen wir das Modul 1 und hier steht auch schon direkt etwas. Warum steht da schon etwas? Wir hatten am Anfang eine gewisse Einstellung getroffen unter Extras Optionen, nämlich Variablen-Deklaration erforderlich. Das führte eben dazu, dass in jeder neuen Mappe eben diese Zeile eingeblendet wird. Das bedeutet einfach nur, dass eben Variablen explizit deklariert werden müssen. Zunächst aber lassen wir diese Zeile einfach mal für sich stehen. Was ich Ihnen jetzt verdeutlichen möchte, ist eben, was sind eigentlich Objekte? Nehmen wir mal ein Objekt aus dem realen Leben, das wäre dann zum Beispiel ein Fahrzeug. Ein solches Fahrzeugobjekt oder auch jedes beliebige andere Objekt hat gewisse Eigenschaften. Nämlich zum Beispiel eine Geschwindigkeit oder eine Farbe oder auch andere Eigenschaften. Dann haben Objekte bestimmte Methoden, oder besser gesagt, bestimmte Methoden lassen sich für Objekte ausführen. Methoden könnten zum Beispiel sein die Methode beschleunigen oder die Methode lackieren. Ich habe die jetzt auch schon mal bewusst mit kleinen Buchstaben geschrieben und mit Klammern dahinter, um uns, damit wir uns schon ein wenig der objektorientierten Schreibweise annähern können. Also, ich kann mit einem solchen Fahrzeugobjekt eben die Methode Beschleunigung durchführen. Dadurch ändert sich der Wert einer Eigenschaft, nämlich der Wert der Eigenschaft Geschwindigkeit. Genauso gut kann ich für ein Fahrzeugobjekt die Methode Lackieren durchführen. Dadurch ändert sich der Wert der Eigenschaft Farbe. So ähnlich funktioniert es eben auch mit den Objekten innerhalb von VBA. Aber es kommen natürlich noch einige Dinge hinzu. Was wir an Methoden beispielsweise schon kennengelernt haben, waren ja zum Beispiel die Methoden Cut zum Ausschneiden oder Copy zum Kopieren oder Paste zum Einfügen und eben auch schon andere Methoden, die eben bezüglich bestimmter Objekte ausgeführt wurden. Wie sieht es jetzt aus bei VBA? Dort sind die Objekte innerhalb einer gewissen Hierarchie angeordnet. Das heißt, es gibt ein alleroberstes Objekt. Dieses Objekt heißt Application. Bei diesem Objekt handelt es sich um Microsoft Excel selber. Unterhalb dieses Application Objekts gibt es das Workbook Objekt zum Beispiel. Das Workbook Objekt ist eben das Objekt, mit dem eine einzelne Arbeitsmappe angesprochen werden kann. Unterhalb von Excel gibt es ja verschiedene Arbeitsmappen und eine einzelne kann über ein Workbook Objekt angesprochen werden. Die Gesamtheit aller aktuell geöffneten Arbeitsmappen steht in einer sogenannten Auflistung. Auflistung kann man immer an dem S am Ende erkennen. Das entsprechende Objekt ist eben ein Auflistungsobjekt und umfasst eben mehrere Arbeitsmappen, nämlich alle, die zurzeit geöffnet sind. Also Workbook, eine einzelne Arbeitsmappe. Workbooks, alle Arbeitsmappen, die zurzeit geöffnet sind. Innerhalb einer Arbeitsmappe wiederum gibt es ja einzelne Tabellenblätter. Ein einzelnes Tabellenblatt kann mit einem Worksheet Objekt angesprochen werden. Jetzt hat natürlich auch jede Arbeitsmappe normalerweise mehrere Tabellenblätter. Diese werden auch wiederum in ein Auflistungsobjekt zusammengefasst und das ist eben das Worksheets mit S am Ende, das Worksheets Objekt. Sie sehen da die Logik, die dahinter steht. Worksheet, eine einzelne, ein einzelnes Tabellenblatt, Worksheets, eben die Auflistung aller Tabellenblätter innerhalb einer Mappe. Was gibt es innerhalb eines Tabellenblattes? Zum Beispiel einzelne Zellen oder Zellbereiche. Da haben wir das ja schon kennengelernt, wie man die schreibt. Zum Beispiel würde man eben hier drüber den Bereich der Zellen A1 bis A3 ansprechen können. Also von oben nach unten geht es über Excel, Arbeitsmappen, Tabellenblätter bis hinunter zu den Zellen. So, jetzt gibt es auch noch die weitere Möglichkeit, dass ich diese Angaben miteinander verketten kann. Das heißt, ich beginne ganz oben mit dem Application Objekt, mache dahinter einen Punkt. Diesen Punkt haben wir ja auch schon öfters angewendet innerhalb der Programmierung. Dann öffnete sich eine Liste und dann waren eben die Untereigenschaften und Untermethoden erkennbar. Dann geht es jetzt hier weiter mit der Workbooks-Auflistung. Jetzt möchte ich aber eine bestimmte ansprechen, zum Beispiel die mit dem Namen Mappe 1, wohlgemerkt, ohne Endung. Von dieser Mappe 1 wiederum gibt es ja Tabellenblätter. Die stehen in der Worksheets-Auflistung. Ich möchte ein bestimmtes Tabellenblatt ansprechen, zum Beispiel Tabelle 1 das mache ich auf diese Art und Weise. Also immer der jeweilige Name in Anführungsstrichen in Klammern dahinter. So, jetzt bin ich auf der Ebene eines einzelnen Tabellenblattes und kann dann zum Beispiel die Zelle A1 ansprechen und könnte davon dann wiederum die Eigenschaft Value ansprechen. Das heißt also, von rechts nach links sozusagen gesprochen, die Eigenschaft der Zelle A1 innerhalb der Tabelle Tabelle 1, innerhalb der Mappe Mappe 1, innerhalb eben der Excel-Anwendung. Und so ist eben auch die Hierarchie dieser Objekte erkennbar. Das ist natürlich jetzt hier noch kein Programm, sondern zunächst mal nur eine theoretische Auflistung, aber so hat man schon mal einen gewissen Überblick über die verschiedenen Objekte, Auflistungen und die Hierarchie.